Ein Bus der Linie 5 ist am Niendorfer Markt in Fahrtrichtung Fuhlsbüttel mit einem Pkw kollidiert. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die rund 60 Fahrgäste des Linienbusses wurden von Rettungskräften aus dem Bus befreit. Bis zu 25 Rettungskräfte waren vor Ort. Die Kollaustraße musste während der Bergungsarbeiten für rund eine Stunde gesperrt werden.